Ein großer Trend ist das Thema Vernetzung. Smartphones werden vernetzt, Haushaltsgeräte. Schon heute sind über 50 Milliarden Geräte miteinander vernetzt. Bildung Skin Control macht genau das auch für die Fassade für die Gebäude. Und da gibt es schon Komfortfunktionen, also natürliches Lüften über mechatronische Fenster. Ich muss also nicht aufstehen und das Fenster manuell öffnen oder schließen. Das gleiche für Schiebanlagen, die vielleicht sehr groß sind, 500 Kilo Gewicht haben. Die will ich nicht mehr manuell schieben, das kann Mechatronik generieren. Und auch Sonnenschutzsysteme, wo ich eben nicht an jedes Fenster gehe, um Sonnenschutz zu bedienen. All das kann ich zentral steuern. Innovativ macht es, dass es ein offenes System ist, kein geschlossenes System. Also es verknüpft auch Automationssysteme anderer Hersteller mit unserem System. Alle Funktionen, die wir anbieten, können auch über das Internet nicht nur gesteuert und bedient werden, sondern auch überwacht werden. Das ist ein Vorteil sowohl für den Endkunden als auch für den Verarbeiter. Musik